Hallihallo und herzlich willkommen bei einer niegelnagelneuen Serie hier auf dem Kanal. Aber nicht alleine, sondern zusammen mit Jasper. Hey, was geht? Jasper ist ein Arbeitskollege von mir und befindet uns gerade im Mangus in Kiel. Wir stellen euch jede Woche Cocktails vor. Das können klassische sein oder einfach welche, die wir selbst gerne mögen. Aber das Ganze wird nicht normal ablaufen, sondern mit einer Challenge inklusive Bestrafung. Wie das funktioniert, zeige ich euch. Wir beginnen mit einem der bekanntesten Cocktails der Welt. Einen fruchtigen Klassiker, den Sex on the Beach. Doch sobald ich diesen Shaker anfasse, läuft ein Timer mit. Und die Zeit, die ich für die Zubereitung dieses Cocktails brauche, hat Jasper dann für seine Challenge. Das bedeutet, wenn er es innerhalb dieser Zeit schafft, werde ich bestraft. Ansonsten Jasper. Ich werde aber nicht Gas geben oder sonst irgendwas in der Richtung. Ich möchte euch das erklären und ihr solltet es dann zu Hause ganz einfach nachmachen. Fangen wir mal an. Zwei Läuftshakers in der Hand. Eine Schippe Crush Ice ist drin. Zwei Zentiliter Zitronensack. Für die Farbe. Ein Zentiliter Grenadine. Jetzt kommt das Charakteristische. Drei Zentiliter Pfirsich Dekör. Ebenfalls drei Wodka. Und zu guter Letzt füllen wir das Ganze mit Orangensaft auf. Das sind ungefähr acht Zentiliter. Wir schrecken jetzt noch. Füllen es dann ab. Ein Stuhlheim. Und eine Orange mit einer Weintraube. Und fertig Sex on the Beach. Knapp 50 Sekunden von Sascha ist schon eine extrem gute Zeit. Ich versuche dir jetzt trotzdem zu unterbieten, während ich aus diesen Bierdeckeln ein dreistöckiges Kartenhaus baue. Mal sehen, ob ich das schaffe. Bis zum nächsten Mal. Tja Sascha, da war ich wohl wieder schneller als du. Als kleine Bestrafung habe ich mir für dich jetzt überlegt. Du könntest ja eigentlich mal so einen kleinen Schott hier mit dieser schönen Flüssigkeit trinken. Das ist rein das Tabasco. Und das wirst du jetzt trinken. Juhu. Komm nicht riesig. Zwei Zentiliter Watt werden ja. Ja, das ist so. Aber genau auf dem Strich. Selbstverständlich. Das kann ein kleines bisschen dauern. Kennen wir kurzen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So. Okay. Mein Freund. Wo du kommst. Auf euch. Auf dich. Oh Gott. Oha. Sehr gut. Ist super. Alter. Das ist schon mal gut. Das allererste Sahne schmeckt klasse. Ich glaube, das müssen wir noch mal trinken. Weil ich gehe mal Milch trinken. Das war sie also. Unsere allererste Folge. Falls es euch gefallen hat, lasst es uns mal wissen. Und falls ihr das Rezept noch einmal nachlesen wollt, hier unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Instagram-Account. Da lade ich das Rezept auf jeden Fall nochmal hoch. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder, denn um 18 Uhr kommt das neue Video. Ja, ansonsten, wenn ihr mal im Kiel seid, kommt vorbei. Wir würden uns freuen. Sonst, schönes Wochenende und bis nächste Woche Freitag. Lecker. Ist offen. Ist besser.